Du, der Fall ist zwar schon abgeschlossen, aber du wirst schon wissen, was... Ihr Vater stirbt bei einem Verkehrsunfall vor Ort. Ihre Mutter wird erstochen in der Wohnung gefunden und mein Hauptverdächtiger ist ein verstörtes elfjähriges Madl. Da hast du überhaupt nichts abgeschlossen. Was passiert jetzt mit ihr? Ja, Blauer ist nicht strafmündig, aber sollte ihre Schuld bewiesen werden, dann kann es für sie eine Jugendpsychiatrie enden. Ich weiß, was du doch machst. Und ich hilf dir auch, das durchzustehen. Aber du musst mir erzählen, was heute Nacht passiert ist. Sie wird kommen. Wer? Die Frau aus dem Wald. Wo ist er denn da? Du, das ist die Hubertuskapelle bei uns hier. Ich sag's dir gleich, wenn der Geist eine Geschichte gemacht hat, dann war der wegen der weißen Frau dort. Die weiße Frau? Hast du das gesehen? Was? Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Wo war das denn? Da! Hallo? Ist da wer? Ja! 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 Ich sag's dir. Ich sag's dir надо. Ich sag's, was er. Ich sage's, was er? Och, ich sag's dir. Ich sag's dir. Vielen Dank.